Der Kensington-Palast macht die traurige Nachricht offiziell. Sie betrifft die Prinzessin von Walis, Kate Middleton. Sie ist der strahlende Fixstern der königlichen Familie, Kate Middleton. Doch mit ihrer Krebserkrankung wurde die sonst so taffe und starke Superfrau plötzlich menschlich. Auch Kate, auch die königliche Familie hat Schwächen. Auch Mitglieder der Royals müssen auf ihre Gesundheit achten, auf sich achten. Und das tut Kate Middleton. Zwar hat sie seit dem Abschluss ihrer Hämobehandlung bereits einige Termine absolviert, ganz so viele wie vor ihrer Erkrankung nimmt Kate Middleton aber derzeit nicht wahr. Eine weise Entscheidung der 42-Jährigen. Schließlich kann sie noch nicht wieder bei 100% sein. Braucht noch immer Ruhe und Zeit zur Genesung. Kate Middleton und Prinz William nehmen den Emir in Empfang, auch wenn das manchmal bedeutet, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch Menschen damit zu enttäuschen. So wie bei einem Termin, der Anfang Dezember 2024 stattfindet. Wie das Portal Cambridge News berichtet, wird Kate Middleton beim Besuch des Emir von Katar einen wichtigen Programmpunkt auslassen. Doch beginnen wir von vorne. Demnach werden am 3. Dezember Scheich Tamim bin Hamad Al Thani und die erste seiner drei Frauen, Scheich Aya Waha bin Hamad bin Suhaim Al Thani in London erwartet. Kate wird nicht am Bankett teilnehmen. Nach einer Begrüßung im Kensington Palast werden Kate und Prinz William mit dem Paar zu Hosgardsberät reisen. Dort sollen sie zeremoniell begrüßt werden, bevor sie König Charles und Königin Camilla treffen. Im Anschluss werden der Emir und seine Frau zusammen mit Kate Middleton, Prinz William, König Charles und Königin Camilla in einer Kutschenprozession zum Buckingham Palast fahren, wo sie von einer zweiten Ehrenwache empfangen werden. Am Abend folgt dann noch ein großes Staatsbankett im Buckingham Palast, das Kate jedoch nicht mit ihrer Anwesenheit beehren wird, wie der Kensington Palast mitteilt. Untertitelung im Auftrag des ZDF,